so die ferrari invitational championship ich hätte sie zu sagen los geht's das geht's wichtig ist Wenn der Führer auf der 3.7.3 gedreht hat und dann um eine 8.3 geworfen ist, dann können wir das Gerät noch mit dem Wetter verziehen. Das ist ein bisschen besser, weil er uns dann zu krassen, wie es geht, hat und weg. Dann wollte ich ihn schön auf ihm vorbeigrücken. 3 Runden sind das. Jetzt können wir noch 2, äh, aber die Runde ist so stark. Bis dahin haben wir schon die Sterne vorbeigrücken, sie hatten noch. Dann haben wir es noch mit Sterne zu schließen. Hier geht die Zahl jetzt. Ach, Mann! Ja, ein kleines Riker hier, jetzt versuchen wir mal eine Hand zu klären, von Fallzug, glaube ich. Ich glaube, der Ferrari, der Schatz hat es gerade komplett in die Beine bei. Kommt wieder bei All-Data, oder? Nein, jetzt nicht. Hört sich nur zum krass an, dass er gerade mit der Süßdice, das ist ja loszulichrücken. Das ist ja loszulichrücken. Ich glaube, es ist krass, da noch gerade an, dass der Ferrari in einem der Schatz. dass der Ferrari in einem der Schatz dann kommt. Aber das ist nur egal. Lüchte, unten der Lübeleiter, wir führen in Rhein-Handt mal. Ja, ja, ja! Ja, ja! die 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 wusste man aber vielleicht noch mal wollen wir haben noch mal ein projektes das ist ja noch nicht genau das projekt wird klar aber das ist auch noch konzentrieren wir haben sich nicht gerade mit freibau Der grüne hat gerade auf den zweiten geholt. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal kassiert in den ersten Sieg im ersten Lauf. Das ist ganz, ganz wichtig. So, letzteren Leute. So, hier ist es wieder einmal. Äh, hat heute voll drin. So, und dann fahren wir noch mit der Walden, weil brauche wird grau, wenn es nicht. Weil da liegt es ja auch für, brauchen wir zumindest ein bisschen ranzukommen. Der Sechster, das wurde ja jetzt nicht so weit gerade gar nicht. Aber jetzt ist alle, alle beinander. Aber das ist doch krass. Aber da können wir alles auch nicht so kassieren. Aber da geht dann noch mal mit dem Jahr, mit dem Liga da vorne. Ja, da war er. Oh, er ist der Karte. Der Karte. Ja, das ist gut. Das Ding wollen wir nach oben. 1,3 Meter, 3,5 Meter. Wir haben hier ganz viele Yagen. Ich bin ein bisschen rausgekackt. Ich lasse mich auch mit hier nicht überlegen. Keine Sorge, ich witz mich nicht. Ich bin ja verzeiht mit fairer Mittelpilzen. Ich hab aber noch mal gebeten. So, jetzt ist das. Zum großen Finale geht's jetzt weiter. So, geschafft! Volle Punktanal! Und zwar alles gelöst. Für die Sterne. Es läuft doch besser als beim 2. Es gibt zwar momentane, wo es nicht funktioniert. Aber manchmal gibt's auch Momente, wo es funktioniert. Und wir haben den 458. So, das letzte Rennen, das was uns jetzt noch fehlt, ist das große Finale. Und zwar die Pro Trophy. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich schreibe dazu. Ich schreibe euch mal wieder auf, ��서 ich schreibe euch mal wieder auf. Ich schreibe euch mal wieder auf. Denken mir nicht umgefallen. Ich schreibe euch mal wieder auf. Faya dir dich und schreibe euch mal wieder auf. Ich schreibe euch mal wieder auf. Und du bist, du bist. Du bist. Und du bist.